Hallo, herzlich willkommen zum siebten Let's Play. Heute geht es um Fahrzeuge. Alle, die ich bisher gefunden habe, werden heute vorgestellt, also alles was Räder hat. Zuerst zeige ich euch die Walze. Die hat mir hier geholfen das ganze Gebiet schön flach zu machen und ein Parkhaus aufzubauen. Und jetzt wollen wir alle Fahrzeuge vorstellen und in dem Parkhaus parken. Also jetzt geht's los. Die Walze ist ein bisschen schwierig zu steuern. Wenn man genau hinter dem Gerät ist, dann läuft es. So, Nummer eins. Die Walze. Auch Dampfwalze genannt. Ich nehme an, weil vorne diese Walze mit Dampf betrieben wird, damit der Asphalt nicht an dem Metall klebt. So, als nächstes holen wir uns den kleinen Bagger. Oh, den hätte ich jetzt fast am Kopf gekriegt. Der hat auch gute Dienste geleistet, hier bei der Planierung des Terrains. Der ist etwas wendiger wie die Dampfwalze. Auch da, wenn man die Space Tasten drückt, dann planiert er das ganze Zeug hier. Macht natürlich auch, wenn er eine Stufe tiefer ist, alles, reißt dann alles ab. Also immer achten, auf die Höhe achten, wo die Reifen stehen und dementsprechend planiert er diese Fläche. Am besten hinterher, dann fährt er richtig. Mit W nach vorne, mit S nach hinten. Wenn man die Kamera ein bisschen beiseite ist, dann steuert sich das seltsam. So, den wollen wir auch mal einparken. So, das war der kleine Bagger. Ja, die Walze habe ich nicht demonstriert. Das kann ich ja gleich nochmal nachholen, wenn ich es nicht vergesse, wie die arbeitet. Oder wir zeigen das sofort, indem wir uns schnell eine neue Walze holen. Bange, hätte ich fast schon wieder am Kopf gekriegt. Hier arbeitet im Prinzip ähnlich wie der Bagger, nur dass die Walze dabei Straßen, graue Straßen anlegt. Hier auch immer darauf achten, wie die Höhe der Räder ergibt auch die Höhe der Straße. Die Space-Taste drücken und los. Wenn man dieses Ausgleichen will, hier diese Stufe, dann muss man ungefähr eine halbe Walze, Walze darüber fahren, mit einer halben Walze. Wenn man mehr nimmt, dann rutscht das Rad auch schon mal rein und dann hat man wieder eine ganz andere Ebene. Ist ein bisschen mühselig, zeitraubend, aber die Ergebnisse sind schön. So eine tolle Straße, perfekt. So, das Gerät parke ich hier mal, denn jetzt kommt Nummer 3. Was wird das sein? Nummer 3 ist der Powerbohrer. Jawohl, der hat Kraft. Man sieht es schon an dem Geruckele, dass der Motor ein richtig starkes Ding ist. So, wir demonstrieren es auch mal kurz, indem wir da geradeaus... So, ein bisschen weiter noch, indem wir die Space-Taste drücken, fängt er an zu bohren. So, wie die Tafel hier sagt, nach unten graben ist die linke Steuerung, nach oben graben ist die Umschalttaste. Beide dann gedrückt halten. So, wir wollen wieder hoch, also Gas geben und die Space-Taste festhalten, Umschalttaste. Dann geht es nach hoch und man kommt wieder an der Erdoberfläche. So, wir benutzen den Tunnel wieder, um nach Hause zu kommen. Jetzt habe ich das Parkhaus natürlich nicht für solche Monster-Geräte gebaut. Schauen wir mal, ob ich trotzdem da parken kann. Oh, oh, das wird knapp, glaube ich. Nein, das hat keinen Sinn. Da müssen wir mal einen Parkplatz bauen für Nutzgeräte. Für Monstersachen. Vielleicht kommt ja auch nochmal ein Monster-Truck. Okay, hier kannst du auch parken. Wo wir schon mal hier sind, zeigen wir auch mal eben das Kleinflugzeug. Das kommt auch nicht in ein Parkhaus. Das steuert sich ein bisschen wie ein Helikopter halt. Es kann auch auf der Stelle schweben. Es ist die Lego-Welt. Alles ist möglich. Es kann auf und runter, also quasi wie ein Hubschrauber. Es ist sehr wendig, schnell. Ich finde es ein cooles Gerät. So, in der Sammlung kommt dann noch der Hubschrauber. Der Hubschrauber ist hier in der Lego-Welt auch ein wendiges Gerät. Allerdings hat er eine kleine Macke, finde ich. Das Hoch und Runter. Das geht irgendwie sowas von unnatürlich schnell. Okay, aber sonst fliegt er sehr schön. Das macht schon sehr viel Spaß. Und immer sehen, dass die Kamera hinten ist. Dann geht die Steuerung auch richtig. Das klemme ich scheinbar an so ein Blättchen. Ja, dann die Bewegungen sind rauf, runter, links, rechts. Das ist zu schnell. Das wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch justiert werden, schätze ich mal. Hoch geht er, runter geht er nicht mehr. Steige ich so aus. Dann sinkt er so langsam vor sich hin. Okay. So. Als nächstes haben wir noch den Trecker. auch ein schönes Gerät. Sehr gelungen. Schönes, großes Licht vorne. Die Schippe hinten kann man scheinbar nicht bewegen. Jedenfalls ist da noch nichts vorgesehen. So, wir parken die. Der Traktor müsste reinpassen. Oh, oh, das gibt ein paar Kratzer. Ja, der ist schon fast zu groß. Der ist schon fast zu groß. Oh, oh, was machst du da? Kannst du nicht fahren. Ja, die Steuerung, obwohl ich eine und die gleiche Taste drücke, geht er manchmal vor und rückwärts, je nachdem, wie der Blickwinkel ist. So, ich würde sagen, wir lassen ihn hier. Der ist eh zu groß für die Parktaschen. Gönnen wir ihm zwei Parktaschen. So. Seltsam. Das ist doch ein Bug, was man da immer in den Geräten klemmt. So. Aha, die Sonne kommt mittlerweile. So. In der Reihe passt jetzt noch ein Motorrad. Jo, da fahren wir mal durch den Tunnel. So. Das ging schief. Nochmal. Und ab ins Parkhaus. Diesmal nehmen wir aber das Oberdeck. Wenn wir das schaffen. ein bisschen Anlauf vielleicht. Tja, Motorradfahren will gelernt sein. Oh, da fehlt ein Balken, sehe ich gerade. Jawohl, das Motorrad. Das ist alles noch nicht ausgebaut. Hier wird mal eine Stadt entstehen. Das ist dann das erste Gebäude der Stadt, das Parkhaus. Jawohl. Jawohl. So, als nächstes nehmen wir, passend zum Motorrad, das Fahrrad. gemütlich. Achtet mal, wie er trampelt. Ist das nicht süß? Ja, wenn man Zeit hat und ein bisschen Sport machen will, dann nimmt man das Fahrrad. Peng. Glaubt, die Einfahrt ist etwas zu klein. Es ist straßenverkehrsmäßig zugelassen, denn es hat ein Licht. so, als nächstes Es würde mir gefallen, der kleine Sportflitzer. Hey, mach doch nicht alles kaputt! Die ganzen Blümchen kaputt gemacht. Ich hoffe, du bist versichert. Ab mit dir ins Parkhaus. Der Wendekreis ist zu groß. So, es füllt sich so langsam. Zu den Nutzfahrzeugen, die hier unten stehen, passt natürlich auch, und das mache ich hier und nicht da draußen, weil er ziemlich langsam fährt. Der Rasenmäher. Da oben hat er mir das hingestellt. Drei Stück. Mit den Teilen, wenn man die Space-Taster drückt, dann mäht der Rasen, sprich die Noppen. Also, wenn ihr mal Noppen weghaben wollt. Ich werde es hier nicht in meiner schönen Garage demonstrieren, aber gleich mal auf der Wiese draußen, dann macht er euch das super glatt. Als nächstes wähle ich den Hot Road. Hinten finden wir eine Pickhacke. Auf dem Kofferraum ist ein Gewehr befestigt. Es ist allerdings nur Deko. Wenn wir damit richtig schießen wollen, müssen wir das Gewehr im Inventar haben. So, lass uns jetzt mal den Sound des Autos hören. schon wieder die Blümchen kaputt. Man sollte vor dem Parkhaus keine Blümchen hinpflanzen. Direkt dahinter, dann reagiert die Steuerung, wie man es möchte. Ein bisschen beiseite und er macht, was er will. So, das nächste Parkhaus kriegt eine größere Einfahrt. Mittlerweile ist es dunkel, aber der Oldtimer hat ja zwei schöne Lichter. Man muss genau davor sein. Dann klappt's. Auch nicht immer. Seltsame Steuerung. Okay. So, dieser Oldtimer hat vier Lampen und einen satten Motorklang. Der ist sehr kräftig. Sehr kräftig. So, der ist sehr kräftig. Na, wird der wohl da rauf gehen? Okay. Okay. So, der ist sehr kräftig. Ich finde zwar seltsam, dass eine und dieselbe Taste fimmeligt manchmal mit der selben Taste nach vorne, manchmal nach hinten. Das finde ich sehr verwirrend. Ansonsten cooles Gerät. So, was haben wir noch? Den Buggy hatte ich noch nicht. Der Buggy. Das ist halt ein Buggy. Okay, da kann man sowas mit machen. cooles Gerät. Abgesehen von der Steuerung, aber das ist ja bei jedem Fahrzeug hier in Lego so. Oh, so lege ich noch. Oh, so lege ich noch. Oh, so lege ich noch. Tja, wenn ich nicht dahinter bin, macht er was er will. Okay, der Buggy. Keiner hier? Das scheint neu zu sein. Ihr seid noch nicht richtig eingerichtet. Geheimtipp. Irgendwann wird das mal komplett eingerichtet in der neuen City. So. Zwei Sachen hätte ich noch zu zeigen. Die haben zwar keine Räder, aber es sind auch Fahrzeuge. Das Schlauchboot oder die Schlauchboote. Schön geparkt. Ja, schönes Licht da vorne, wenn es dunkel wird. Schönes Teil, wenn man auf dem Wasser mal schnell vorwärts muss. Okay, dann hätten wir zuletzt noch das Tauchboot, das kleine U-Boot. Was allerdings bisher noch nicht tauchen kann. Man kann es nur als Boot benutzen. Aber dafür eignet es sich ganz gut. Es ist was langsamer als das Schlauchboot. Fährt auch nicht am Land. Das Gummiboot fährt schon mal, je nach Untergrund, ein bisschen auf Land. Und dann. Vier Lampen vorne, eine Kuppel. Sehr schön. Lass uns abdüsen. Scherz. Okay. Ja, das war alles, was ich habe. Eventuell finde ich noch mehr. Was mich noch interessieren würde, wäre hier in den Icon. Da ist doch noch so ein Polizei-Autor. Ob das schon da ist oder mal kommen wird. Ich weiß es nicht. Es ist wieder Nacht. Es wird viel zu schnell. Nacht. Da sind die schönen Farben weg. Ich teste es mal, ob es auch geht. Ich habe es nur gehört. Man kann, wie gesagt, auch Blödsinn mit den Sachen machen. Dafür brauchen wir ein bisschen Wasser. Okay, demonstrieren wir es anders. Wir holen uns eine Walze. Wo ist flaches Gebiet? Hier vielleicht. So, dann machen wir hier mal einen Weg. Das ist zwar richtig Blödsinn, aber man kann es machen. Ob das sinnvoll ist, aber gut. Wer mal einen Scherz machen will, der kann sich auf dem Wasser eine Straße bauen. Das finde ich aber nett, Pferdchen, dass du mich besuchen kannst. Ich habe bis jetzt nur mit Maschinen rumgemacht. Jetzt bin ich ja froh, dass ich auch mal ein paar Tiere sehe. Aber das ist vielleicht eine neue Episode. Damit verabschieden wir uns. Ich danke fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Bis demnächst. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. tensor Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020